Die Reise dieser armen Seele hat nun ein Ende. Aus Staub sind wir hervorgegangen, zu Staub kehren wir zurück. Jeder Leichnam erzählt eine Geschichte. Unsere Aufgabe ist es zuzuhören. Geschichten darüber, wie Menschen gestorben sind? Nicht nur wie, meine Liebe. Weshalb? Niemand entkommt seinem Schicksal. Deine Geschichte hat erst begonnen! Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Die Reise dieser Armen Seele hat nun ein Ende. Wir haben eine Geschichte.